Ja, hallo, mein Name ist Gerald Eulig, einer der Trainer der Forrest AG. Ich möchte Ihnen heute den E-Learning-Kurs vorstellen, Klimaschutzbeauftragter. Im Prinzip entspricht dieser E-Learning-Kurs dem zweitägigen Präsenzseminar, nur halt, dass es halt online stattfindet als E-Learning-Kurs. Ja, letztendlich werden Ihnen hier die Aufgaben und die Kompetenzen des Klimaschutzbeauftragten vermittelt. Letztendlich ist auch eines der wesentlichen Bestandteile die Treibhausgasbilanzierung, die hier im Detail betrachtet wird, auch anhand eines praktischen Beispieles eines Unternehmens, das Sie dann auch später nutzen können für die praktische Umsetzung in Ihrem eigenen Unternehmen. Ja, letztendlich möchte ich Sie in diesem Kurs auch Richtung Klimaneutralität Ihres eigenen Unternehmens begleiten. Das heißt, zumindest auf den Weg bringen und die Fragestellung klären, was ist überhaupt Klimaneutralität und kann ich überhaupt Richtung Klimaneutralität gehen oder was muss ich tun, um auf diesen Weg zu gelangen. Das Seminar wäre sicherlich richtig, wenn Sie also als Klimaschutzbeauftragter sich fortbilden wollen oder vielleicht auch schon das Seminar Einführung Klimamanagement besucht haben, sodass Sie erste Grundlagen haben, um hier dann auch entsprechend weitermachen zu können. Grundsätzlich lernen Sie in diesem Kurs, wie eine Treibhausgasbilanzierung erstellt wird und wie das Ganze in ein Managementsystem integriert werden kann. Zusätzlich lernen Sie, wie das Thema Klimamanagement dann auch zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement weiterentwickelt werden kann. Sie wissen sicherlich die CSRD zum Beispiel, eine der wichtigen Rahmenbedingungen, die momentan auch für die Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit vor der Tür steht sozusagen oder auch schon angefangen hat, das hier weiter zu entwickeln in diese Richtung, das Thema Klimamanagement. Das werde ich Ihnen auch in diesem Kurs anhand eines Schritt für Schritt, anhand einer Schritt für Schritt Anleitung erläutern. Wenn Sie mal kurz reinschnuppern wollen, tun Sie das gerne. Wir haben hier auch einen kostenlosen Demokurs auf der Webseite, so dass Sie schon mal reinschnuppern können, was Sie denn hier erwarten wird. Ja, vielleicht noch mal im Detail. Wir werden natürlich die klimapolitischen Hintergründe und den Handlungsbedarf klären. Das heißt, wir schauen uns mal weltweit und auch europaweit und auch in Deutschland an, wie sich die Treibhausgasemissionen entwickelt haben, welche Maßnahmen man ergreift, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen es gibt, welche politischen Bestrebungen momentan auf dem Weg sind. Ich nenne hier einfach nur mal das Klimaschutzgesetz in Deutschland, um diese Ziele der Treibhausgasneutralität, wie die dann irgendwann in Deutschland auch erreichen will, wie man das als Ziel verfolgen kann und auch letztendlich einhalten möchte. Dann, wie ich schon gesagt habe, ganz wichtig, die Methodik der Treibhausgasbilanzierung wird in diesem Seminar vertieft. Das heißt, anhand eines Beispieles, eines praktischen Beispieles von einem Unternehmen, kann man die komplette Bilanz von Scope 1 bis Scope 3 hier in diesem Kurs erlernen, sodass Sie das später auch in Ihrem Unternehmen umsetzen können. Natürlich gehört dazu auch, das entsprechende Regelwerk, die entsprechende Basis zu haben. Deshalb werde ich Ihnen auch noch mal vorstellen, welche Rahmenbedingungen es hier ergibt, Greenhausgaspotol, Isonormen etc., die verwendet werden können, um hier auch eine vernünftige Treibhausgasbilanz zu erstellen. Dann werden wir uns auch noch mal vertieft mit dem Thema Datenerhebung beschäftigen. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach, insbesondere im Scope 3-Bereich die Emissionsfaktoren zu ermitteln. Und da werde ich Ihnen einige Tipps und Hinweise und Wege aufzeigen, wie Sie hier die Anti-Emissionsfaktoren bekommen. Letztendlich erstellen Sie dann eine Treibhausgasbilanz, einen CCF für Ihr Unternehmen, sodass Sie dann letztendlich auch, sagen wir mal, eine Klimaschutzstrategie im eigenen Unternehmen entwickeln können. Da sage ich nach, wie man das ungefähr macht, sodass Sie Ihre Ziele verfolgen können mit entsprechenden Aktionsplänen und Maßnahmen, die dort auch bei Ihnen im Unternehmen integriert werden können, vielleicht auch in vorhandene Management-Systeme integriert werden können, wo sowas vielleicht schon vorhanden ist, sodass Sie das nicht doppelt machen müssen, sondern integrieren können. Wichtig ist natürlich auch das Thema Kommunikation oder auch die Herstellung von den Klimaberichten hinterher. Letztendlich auch das Thema, wie kann ich das Thema Klimaneutralität erreichen oder wie kann ich zumindest den Weg dorthin finden. Ja, dann gibt es hinterher natürlich noch eine kurze Wiederholung im letzten Teil zum Thema der wichtigen Seminareinhalte und auch einen Ausblick, wie kann ich vom Thema Klimamanagement letztendlich zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement kommen, wie ich schon erwähnt hatte. Die CSAD-Richtlinie auf europäischer Ebene, die in Deutschland auch umgesetzt wird. Wie kann ich das angehen? Da gebe ich Ihnen eine recht praktische Darstellungsform in zehn Schritten. Wie komme ich denn zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement vom Klimamanagement? Ja, das Ganze wird nicht einfach nur so erzählt, sondern das Ganze wird interaktiv mit Videos und Grafiken präsentiert, so anschaulich, dass Sie auch relativ leicht und locker diesen ganzen Thematiken, die vielleicht manchmal ein bisschen trocken wirken, mögen, aber letztendlich durch die Aufbereitung so attraktiv gemacht werden und es auch sind, dass Sie dem relativ gut folgen können. Letztendlich bekommen Sie trotzdem noch mal ein Resümee des gesamten Videos als E-Book, sodass Sie das auch im Nachhinein noch mal dauerhaft nutzen können oder alles noch mal nachlesen können. Ja, wenn Sie denn alles geschafft haben und gut verstanden haben, hoffentlich, dann gibt es natürlich noch eine Abschlussprüfung und auch ein Zertifikat bei erfolgreichen Bestehen in englischer und deutscher Sprache. Also, dann viel Spaß dabei. Legen Sie los, buchen Sie das Video, buchen Sie den E-Learning-Kaus oder schauen Sie sich erst mal das Video vorab an, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen und letztendlich sind Sie damit mit diesem Inhalt dann soweit, dass Sie dann im Prinzip als Klimaschutzbeauftragte eine eigene Tragweißgasbilanz im Unternehmen erstellen können und auch darauf aufbauen, dann vertiefend Ihre Strategie entwickeln können. Viel Spaß dabei!